Ich bin Willi Baldmeier, Bürgermeister von Grollenstedt. Das ist mein 21. Karnevalsumzug und als Bürgermeister der Letzte. Und ich meine, es war ein sehr toller Umzug, sehr schöne Wagen, Fußgruppen. Die Stimmung ist gut, obwohl das Wetter nicht mitspielt. Aber ich glaube auch von der Besucherzahl her, wie in den letzten Jahren. Es war und ist ein Top-Erlebnis, Karneval in Grollenstedt. Die Stimmung ist gut, weil das Wetter nicht mitspielt. Die Stimmung ist gut, weil das Wetter nicht mitspielt. Die Stimmung ist gut, weil das Wetter nicht mitspielt. Die Stimmung ist gut, weil das Wetter nicht mitspielt.